Guten Tag meine Damen und Herren. Man ist in unserem Lande leider nur allzu leicht geneigt zu sagen, dass ein Wissenschaftler oder ein Künstler, der etwas erreichen will, ins Ausland gehen muss. Leider ist das in der Vielzahl der Fälle auch tatsächlich so. Daher freut es uns besonders, wenn wir einmal das Gegenteil registrieren können. Der inzwischen weltbekannte 76-jährige Architekt Professor Richard Neutra, ein Schüler Otto Wagners und Frank Lloyd Reitz ist jetzt wieder in seine Geburts- und Heimatstadt Wien zurückgekehrt. Dr. Brigitte Wacher hat ihn um ein Kulturaktuell-Interview gebeten. Herr Professor Neutra, Sie wohnen im Haus von Frau Emmi Funk Finsterer. Der Name Finsterer ist von der Geschichte der Wiener Medizin her bekannt. Ja, das darf ich gern. Den kennt man überall den Chirurgen Finsterer, der war auch in Amerika sehr bekannt. Und Sie selbst sind als amerikanischer Architekt bekannt. Ja, das ist ein bisschen eine Falschmeldung, nicht nur weil ich hier geboren bin, dass meine Heimat ist, aber ich habe eigentlich selbst zwei sehr eindringliche Bücher geschrieben, wie ein amerikanisches Architektenbüro funktioniert. Und das ist so ganz anders wie mein Büro. Es hat eigentlich eine Riesendimension, etwa so wie GLAV-Projekt in Moskau. Während ich so alles so persönlich behandelt habe. Im gewissen Sinn haben sich die Amerikaner gerade dafür interessiert, weil ich so verschieden war. Und man nennt sie auch öfters den Architekten der Millionäre. Tja, das ist sehr schmerzlich. Ich habe sehr lange gebraucht, bevor ich überhaupt irgendeinen Millionär gesehen habe in Amerika. Die läuft nicht so frei herum. Nein, ich habe sehr, vielleicht ist das bekannteste Haus, das ich je gebaut habe, das meiner Sekretärin. 1963 beauftragte man Sie nichtsdestoweniger von amerikanischer Seite her, das Abraham Lincoln Museum zu bauen. Ja, das ist vielleicht eine sehr amerikanische Sache, nicht wahr, wenn ein Fremder, ein Ausländer das Sanktuarium meiner Nation zu bauen kriegt. Zu ihrem 70. Geburtstag überbrachte ihnen eine deutsche Delegation nach Amerika einen Ring mit einer bestimmten Absicht. Die hatten vor, dass ich diesen Ring vergeben sollte auf meinem Totenbett an einen anderen Architekten. Es besteht der Plan, einen internationalen Architektenkongress in Österreich zu veranstalten, zu dem Entwürfe aus aller Welt eingereicht werden sollen. Ja, ich glaube, das würde sehr viel Anregung bringen zu dem Publikum. Das ist ja das Erste. Das Publikum sollte dann sehen, was in anderen Ländern gemacht ist. Sie haben so ausgezeichnete jüngere Kollegen von mir hier in Österreich. Aber das Publikum muss ein bisschen die Bedeutsamkeit von Milieugestaltung kennenlernen. Die Funktionäre würden auch gestärkt werden. Und für einen dieser Entwürfe sollte dieser Ring vergeben werden? Ja, also nicht nur Entwürfe. Das handelt sich ja nicht um eine Vergabe von einem Projekt, sondern ausgeführte Bauten. Das kann eine vierklassige Volksschule in Biafra sein oder es kann die 180 Millionen Dollar Ausdehnung von Tokio in die Bucht von Tokio sein. Es handelt sich aber nicht um die Millionenzahl, sondern es handelt sich um die Bedeutsamkeit. Vielleicht ist so eine Schule gerade das Wichtigere. Sie selbst haben 1927 das Haus der Gesundheit gebaut, das auch heute noch als programmatisch gilt für Ihre Idee von der sozialen Rolle, die der Architekt zu spielen hat. Die soziale Rolle ist einfach die, dass wir unsere Naturwissenschaften, unsere Wissenschaften sind so weit voraus den Applikationen, den Anwendungen. Und die soziale Rolle ist, dass die Vitalität der Bevölkerung gestützt wird. Nicht nur im Heim, sondern schon von der Geburtsklinik an, die Krippe, die Kindergarten, die Schule, den Hörsaal der Universität. Sie bauen hier zwei neue Universitäten oder drei in Österreich. Ich glaube, alle diese Dinge sind Milieugestaltung. Und die Architekt umgibt den Menschen von der Geburt an bis zum Graben. Wortwährend mit Umgebung, mit Milieu. Und wir wissen, dass es sich da nicht um die Augen nur handelt, sondern ebenso um den Krach, den sie von ihrem Mompitz haben und um den Gestank, der über jede, wollen wir sagen, Eigentumsgrenze vom Mülleimer des Nachbarn kommt. Oder von dem Nachtjasmin, der Duft. Alles ist ja nicht wahr allsinnlich für uns. Und zu sagen, das spielt keine Rolle, das ist sehr unwissenschaftlich im heutigen Sinn gedacht. Bei der Restaurierung eines alten Bildes.